hallo und willkommen zu einer weiteren folge ls 19 auf dem web oberbayern mit dem max paul und krieger ich hoffe es ist jetzt ein experiment ja wir sind hier noch am tiefen lockern es war abzusehen dass wir es in der letzten folge nicht geschafft haben dauert halt seine zeit hier das feld 92 ist auch nicht gerade klein noch die 36 ist bei euch auch die feld 4 also wiese 54 nur so halb fertig mit also gewachsen 54 ja ist die 54 unten hat die wiese dann müsste ich erstmal gras aktivieren ja also dieses jahr teil im wachstum und zum teil abgeerntet ja nämlich auch wenn du dat meinst dat habe ich gemäht ja da hast du recht ist er aber auf 33 ist noch das ecken grau das ich nicht weg bekommen hast du wieder was rüber gelassen mit der furcht gemacht hätte ich aussteigen müssen jetzt so nach 1 so nach drei vier spuren habe ich schon durch ich glaube nicht dass du bei uns noch helfen musst ja aber wissen ja auch nicht auf der 36 es sollte auch so klingt ich glaube nicht dass du bei uns noch helfen musst du kannst schon auch für 36 anfangen und dann kommen wir auch noch hin vielleicht schaffen wir in dieser folge noch zusammen mit drei tiefen lockerer an die 36 dann ist es halt noch so gut na dann sind wir sie aufwerfen auf den tag aber wenn du jetzt schaust der krieger hat erst hier senkrecht angefangen hat er die so ganz komisch die anderen spuren gefahren wahrscheinlich mit dem kurs von der 560 oder so eigentlich habe versucht einen neuen kurs einzufahren aus dem grund hat es den aber irgendwie nach links dann habe ich auch keine lust den anderen gibt es jetzt schon einen f36 steht überall bei steht f punkt leertaste 10 krieger speichert ein f36 er hatte keine lust es ist aber bei lucky das ist bei kurz play auch so du kannst du dich einfach also das würdest du nicht empfehlen alles anders zu nennen du brauchst was einheitliches sonst hast du keine und dann ordner anlegen also ich habe immer f punkt leertaste 36 35 43 1 0 1 ist ganz wichtig wenn du felder unter 10 hast machst du null davor damit sie richtig geordnet sind dann weil es wird ja nach alphabet geordnet und wenn der 1 da steht dann wird es ja kommt 1 nach 2 da kommt nichts weiß und dann kommt erst 12 13 15 also 0 1 0 2 0 3 ja welches alles klar schon mal tipp der max möchte darauf anspielen dass ich eine russ play tutorial reihe angefangen habe und werbung dafür machen glaube ich ja schon ich bin jetzt fertig mit kalgen ich würde anspielen oder ich bin jetzt fertig mit kalgen ja ich mach das noch mal von unten nach oben fahren machen wir beide wir können auch tauschen max ist ganz schön zu max oder zwei gemarke dann nehme ich mir die selbe maschine müsste vielleicht aber noch mal auf ja er kann es zum global market fahren da müsste noch falte drin sein zum global market ja jetzt weißt du nicht wo der global market bei uns ist ja das ist nicht soweit du eigentlich relativ in der nähe jetzt immer noch so reise ja er hat doch an seinen settings gespielt ich habe den auf 200 ich gehe nicht höher ich habe absolut keine ahnung kabelbruch kabelbruch so lachiger weicht aus ich hab Angst so ich wollte nur den kürzeren weg nehmen zu zur ausfahrt hier ne er muss berg auffahren kriegen er hat keine angst er muss berg auffahren er hat eh keine chance ui das waren die blumen mit colli die sind auch so geil das ist auch das blödeste was du je gemacht hast blumen mit colli ja jeder riesen traktor wird die einfach platt verneinen hier sind die blumen stärker als ein 6r oder so als sie drei tonnen oder was ja traurige ist ja auch noch dass das löwenzahn ist es sind und die das löwenzahn ist noch nie geschaut doch wir haben mal hingeguckt ich habe da genau hingeguckt es ist löwenzahn ist der was ja ich habe es nicht verstanden wenn ich herausgefunden habe ist es löwenzahn ja weißt du es gibt auch dieses löwenzahn ist ein spiel naja es wächst natürlich alles durch der löwenzahn ja er macht auch schlimm gell ja kann ich dir nichts machen ja ich kann sie nicht empfehlen auf auf gekroberten zu die auf geht die tiefen locker sind lucky ich bin hallo ich dachte ich kriege jetzt ein krummer ach so will zugrunde ich dachte mir das ist noch da oben die spur geht nicht ganz auf ne max will ja anzählen ich darf ja nicht du darfst schon aber ich nehme die die anzeigen wirst du noch nicht was ich anzählen soll aber ich glaube zusammentrecher frage ist welches fällt ich fange 26 an wir können es ja gerne mal gerade besprechen wer schreibt mal mit ich schreibe mit ich nicht 26 ja weizen oder gerste hätte ich gesagt ja auf die 35 das gleiche ja ja aber wir haben auch von 79 nochmal weizen reicht dann noch erstmal weil ja wir brauchen für uns zieht mehr gehört dann auch wieder ein bisschen was wir machen wir wollen auch schon auf 26 35 ja 36 wolltest du meist haben ne ja hatte ich überlegt ja können wir mal häxeln ja ich hätte aber die die 26 auch gerne als mais genau 26 das wäre eigentlich auch nice 35 hatten wir schon mal mais oder so ja die 26 du weißt ich nicht ist die größer die hier und 79 die 65 wäre noch größer mhm so auf der 26 wäre mais nice warum wir können auch 26 mais machen und 65 mais riesen mais auf der 36 vielleicht dann gerste und auf 35 92 raps oder so ja raps brauchen wir auf jeden fall viel das ist immer noch nicht bei den schweinen voll ja also 2 26 nochmal hast du dann alles ja ne genau noch 5 mal diskutiert hast du alles weil du schon wieder einsprung eingerichtet hast ich bin noch ja ich darf auch nicht mitreden oder was ne doch das ja oder musst du ja doch vorsagen wo was dann hättest gerd also 26 mais ja ja die 35 werden kreuz wer weizen 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 gersten ja 36 raps raps 92 raps 92 warte ich muss lenken 92 92 dachte ich war jetzt ein gerst aber wir können auch raps machen ja geht auch naja lass mal lieber raps oder dann brauchen wir auch viel ja und 65 nochmal mais oder was ja dann haben wir alle vier felder 1 2 3 4 5 felder durch geplant richtig max hast du fünf felder aufgeschrieben 1 2 3 4 5 ja ja dann kannst du zur 92 kommen zur 36 kommen und uns unterstützen bei tiefen lockern ne das hast du über die felder fährst geackert aber ich wollte hier noch raus besser deswegen bin ich eigentlich drauf gefahren hier ist nämlich noch so ein kleiner fleck siehst du den lucky ja auf der map ja da sind noch einige flecken man ist jetzt mal noch mal drüber fahren da hat einer unsauber gearbeitet max kannst du mal kurz her tappen und mir sagen wo der scheiß trigger ist ja beifahrers jetzt benutzen danke ähm frage ist noch machen wir jetzt diese aussparung hier bei der 36 weg wegen der wiese ja dann sollten wir das noch vor dem ansehen machen ne bitteschön oder oder was sagt ihr dazu ja ja das ist ja eigentlich immer so meine aufgabe ne ja aber mach schön gerade und wir fahren mit gps einmal kerzen gerade runter was runter hier gerade runter dann hast du zögerte spur ja kann ich ja eigentlich jetzt noch mal bin ja auf dem feld schon da ja ich oder bist du da schon gerade ich komme aber auch mal hin gegen verkehrsriege ja du bist gegen verkehr aber ich hätte dann hier die baumreihe auch noch weg gemacht verstehst du ne ja das könnte der weg dann sein hier ich habe zwar zusammen geklappt aber der gruber trotzdem die seiten mit ich habe jetzt einfach die arbeitsweite passt auch nicht so ich habe einfach gerade runtergefahren zu ergeblich keins sind jetzt so zu fahren so ein baum haben es eigentlich um die baumschimpfe immer so ein busch rum dass man die erst recht nicht sieht ja nicht da hat uns der mod der der mod der map bau aber auch ein streich gespielt so bis hierhin rüber ne und dann was dazwischen ist hätte ich gesagt gras ja bis hintergras den weg runter theoretisch müssen wir aber alles gras ansehen ne ja wir müssen bei den Pads schauen ja oder wir machen das so ja oder wir machen das so ich nehme jetzt erstmal die eine selbe schlechte ja ich habe den Tiefen noch da hingestellt ja endlich gell mhm endlich erwartet auch hier muss auch nochmal auf jeden fall was gemacht werden hier ist ja auch noch so komisch streifen gesät auf der Wiese die Paul haben wollte ja wenn du hier zu mir kommst hier hat einer die Wiese mit angeseht ja kann man ja dann wieder Gras hin machen richtig äh ich speichere einmal kleine Leck hab ich gemerkt ähm gucken wir mal was wir noch in den letzten Minuten hier schaffen Dünger haben wir nicht im Silo oder mhm ne ich glaub nicht was haben wir da überhaupt was da mhm du kannst aber wenn du Dünger holen willst direkt mit einem Anhänger und noch wenn Dünger holen und ein bisschen mehr holen oh man das ist kein Dünger da oh du armer mhm mami 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 ne nehmen Anhänger holen ja kein Problem kann ich gleich noch mal tanken ich hab nämlich nur noch 150 drin so wo ich vorne erst getankt hab der Seufi Sau soll ich noch was anderes mitbringen nö oder brauchen wir noch irgendwas nö ich wüsste jetzt nicht außer du nö ne ich hätte ja immer Graszilage oder Gläsilage wieder runternehmen können jetzt ja aber wir werden da eh noch bisschen fahren du kannst dann auch noch das Saatgut und Dünger verkaufen wo im Global Market ist ja das kriegen wir noch hin aber muss sich bei allen weil die folge ist eigentlich gleich schon vorbei ja ich muss halt kurz hintoppen komm bevor ich das den Berg hoch fahre so ähm was ist denn hier drin Diesel auch verkaufen sind noch 57 Liter verkaufen bestätigen Saatgut verkaufen bestätigen oder wie oder wie müssen bist du am tiefenlockern oder anregen tiefenlockern oder anregen so und 252 mal schauen wie wir es einfach nächste folge sind wenn wir es dann das aus dem Global Market raus verkaufen wieder ja das sieht so lustig aus wie das Lucky macht aus der Distanz Lucky hast du was genau bin noch gar nicht fällig hm hast du den Weg wieder untergeklaubert ja klar geht ja auch so einfach ja macht mich täglich täglich neu anziehen äh wie sieht es denn aus mit Verkauf da hab ich schon ach hast du schon ach ja auch 251.000 ja darauf habe ich eigentlich nur gewartet bevor ich die Folge beenden wollte ja dann schaut morgen zur nächsten Folge Oberbayern wieder rein Daumen nach oben wenn euch die Folge gefallen hat abonnieren nicht vergessen wenn ihr es nicht schon getan habt Glocke anklicken um nichts mehr zu verpassen und Link zu Discord und Instagram in der Videobeschreibung gerne mal vorbeischauen macht's gut bis dahin Tschüssi Tschüss Tschüss Tschüss